So, wir sind zurüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Oh, der wird gekleckert und nicht geklotzt. Gut, wäre auch doof, wenn es andersrum wäre. Aber dieser Steinbruch hier ist, ich weiß nicht, das ist einfach eine Nummer zu groß für uns beide. Das ist gut. Ich bin hier mit dem Wald am Fortschreiten vom Roden. Ich ziehe das Ganze zuversichtlich, dass es mal für ein paar Kissen reicht. Oh je, du heilige Scheiße nochmal. Das geht noch hier rein. Das geht noch tiefer als der Wasserstand. Der Stein. Okay. Und es wird dunkel. Ja. Du bist noch nicht hin und weiss. Oh, glaube ich. Nö, ich bin immer noch draußen. Weißt du was? Wie kann man sich noch pingeln hier? Wenn ich pingel dann raus. Auf die Map. Stein. So. Aha, du willst du. Ja, ja. Ja, ja. Was ist das Gleiche? Ahren bewegt sich kaum. Das hört sich gut an. Da hast du ganz viele Steine dabei. Ich glaube alles außer einem Slot. Nice. Oder vielleicht zwei. So. Mit dem Holz abholzen, schreit dich sehr gut voran. Aber wo ist jetzt der Karten? Also die Steine, die sind auf jeden Fall. Huf. Schält dich sehr nichts mehr. Die Mauer, die wird nochmal schwieriger sein, ne? Drumherum. Das wird noch ein riesen... Schon alleine der innere Kern der Mauer, ne? Also unser Gebiet eigentlich. Das ist schon riesengroß. Puh. Ich weiß nicht, ob ich so schnell hinbekommen. Schnell ist anders. Hm. Also wie viele Steine die benötigen für die äußere Mauer? Hm. Vielleicht werden wir dann zwischenzeitlich einfach mal wieder eine Krypta besuchen oder Flüstung oder so. Vielleicht. Man weiß es noch nicht. Ja, könnte hinkommen. Eventuell. Weil wir aber auch von dort wieder Ressourcen brauchen werden. Du sagst, wenn du beim Außenposten bist. Hier gerät mich einfach jemand durch. Ey. Du jetzt aber. Du scheiß Schamane. Wir müssen anfangen, Lager. Einst dunkel ist, die Türen zuzumachen. Sonst trennen wir uns die Viecher allein. Hier kommt einfach ein Schamane durch. Oh. Und ich bin am Schlafen. Okay, ich auch gleich. Warte mal. Ach so. Ich lege ins Bett und es macht zzzzzz. Hm, bei mir auch. Nein, da träumt in letzter Zeit gar nichts mehr. Bei mir war jetzt ein Traum. Mal wieder. Ja, die Fakul, die braucht nicht. Du hast kein Holz. Ist das der neue Karren? Ja, das war der Karren mit. Boah, ich habe so viele Federn. Das ist... Federn? Warum denn? Ja, wenn du Bäume fällst, fallen da Federn raus. Okay. Ist sogar sehr optimal für Pfeile und Harz auch. Ich will bessere Pfeile machen. Ich will bessere Pfeile machen. Von dem her. Zweieinhalb Kisten mit Holz sind voll. Super. Ja. Das reicht aber mir noch nicht. Nö. Das reicht glaube ich nirgends hin. Ja, momentan noch gar nichts. Ähm. Ey. Ich frage mich langsam, ob ich hier irgendwas mit dem Hintergrund laufen habe. Ja, ist doch nicht ein Teil hart, aber... Nichts. Oder hat das Spiel, wenn du Multiplayer laufen lässt, irgendwann mal so... Das Bedürfnis, dass es längst immer wird oder so. Ich denke, das kann fast nicht sein. Warte mal kurz. Was gebe ich dem hier? Toll. Falscher Knopf. Naja. Passt schon. So. Und hier noch die Schmiede. Wenn wir schon Steine haben und wenn wir schon bauen dürfen. Also wenn du denkst, du hast jetzt gerade genug Steine für deine nächste Phase. Nee. Gar nicht. Das kannst du knicken. Mir ist aufgefallen, wir sind hier ein bisschen auf der Schattenseite am Morgen. Ja, wir hätten es eigentlich genau umgekehrt machen müssen, ne? Ja. Ja, aber jetzt durch das ich den Wald so gerodet habe, ist auch wieder mehr Licht. Ich mach jetzt einen guten Move, ich nehm mir mal ein bisschen Steine mit hin und her. Du könntest eigentlich alle mitnehmen, die Platz haben im Inventar und dann direkt in den Karren rein. Mhm. So, da hinten war unsere erste Kupfermine. Kupfer? Haben wir schon abgebaut, ne? Ja. Da dieses Riesenloch. Weil ich geh jetzt da in die Richtung, um Bäume zu fällen. Bum, ba dumm, bumm, 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 bumm. Äh vom Hafen aus, können da auch irgendwelche Kollegen kommen? Nee. Gut. Perfekt. Dann müssen wir das nicht abdichten, also müssen wir keine Mauer drum bauen. Nee, nee. Das ist schon echt gut. Ähm. Mhm. Sobald wir wissen, was wir alles ummauern werden, kann ich eigentlich dann wie ein graben, bisschen graben. Graben, graben. Okay. Das Wortspiel. Wo ist der Karren? Ja, genau. Beim Hirsch ist der Karren. Äh. Mal wieder. So. Hirsche abgeklopft. Warum ist denn hier das nicht möglich? Da will ich nur alle verarschen hier. Boah, den habe ich sogar noch getroffen. Was? Boah, das wird so mega fett, was wir hier machen. Ähm, ja, generell ist schon ganz viel, also ja. Hallo? Klick dich mal ran, du Arsch. So, jetzt aber. Welche Metze haben wir hier überhaupt? Aber wir haben sehr viele Steinmetze hier irgendwo in der Gegend. Ja, ja, ich habe alles so gemacht, damit ich nicht immer wieder einen abbauen muss. Und. Den einen am Hafen, den kannst du mal mitnehmen. Den brauche ich. Nee, nee, ich habe hier genügend. Also besitzt, äh, läuft's. Und sonst haben wir hier wieder genug Eisen für neue Steinmetze. Oh, hier mal ein bisschen höher bauen. Ups, aah, man fällt immer wieder runter. Ähm, ja, das wird, also, das wird einfach gigantisch, ne. Die Dinge hier. Ein Baumstumpf ist aber noch in der Gegend rum. Ja, es sind mehrere da. Hm, so. Die brauchen wir einfach nicht. Also ich brauche die nicht. Ich weiß nicht, wie du dazustehst. Nee, nee. Bei uns in der Nähe nicht. Äh, weiter draußen, so auf dem Außenposten, da können die ruhig rumstehen. Aber hier brauchen wir ja Bauplatz. Gut. Das siehst du dir noch auch korrekt. Gut, für uns ist es korrekt, ne. Für andere riesige betale Käse, was wir hier machen. Aber es ist nun mal so, ne. Was wir hier machen, ist nicht wie das, äh, beruflich jeder Manns Sache. Hm. Dafür, umso mehr Fun macht es, weil ich hab jetzt, ich hab mir wirklich einfach mal so die ersten paar Folgen mal wieder kurz angeschaut. Dann so, ach herrlich, wie das damals ausschaut, ausgeschaut hat. Und wie es jetzt aussieht, das ist, boah, heavy. Hm. Ist ja ganz andere Welt, ne. Absolut. Das nimmt hier schon Dimensionen an, das... Hätte man sich so am Anfang nicht denken können. Hm. Ja. Guck, gesunder Menschenverstand sagt ja. Was ist, was ist ein gesunder Menschenverstand? Ja, es ist ein Phänomen. Kennt keiner so genau. Ey, komm mal wieder raus. So. Ähm, was macht denn der Karren hier unten? Wo? Wir haben so einen Karren hier. Keine Ahnung. Ähm, packst du gerade im Zeug rum? So. Danke sehr. Ja. War ein Leder Karren da? Hm. Hm. Ja, ne. Leer ist er nicht. Aber... Macht sein... Macht sein, ähm... Steine mehr? Zum Glück habe ich noch ein paar... Oh, warte mal kurz. Hier haben wir irgendwo noch... Mal rumliegen. Na toll. Ich will hier raus. Raus. Warum macht der... Das gibt's doch nicht. Reuling, weg da! Das ist unser Bauplatz. Da bin ich gekränkt. War jetzt nicht gerade lustig. So. Wieder... Demnächst ein Karren voll wieder mit Holz. So. Hier mal noch durchrennen. Alles mitnehmen, was ich mitnehmen kann. Äh, so die Fünfe. Perfektum. Den herrschen nehme ich auch gleich mit. Oh. Er speichert mal wieder gleich. Juhu. Ja, immer... Es ist ne gute Sache. Also wirklich. Speichern ist was vom Besten, was man haben kann. Sonst geht ja alles flöten. Wie, du spielst Flöten? Nee, ich doch nicht. Also, hab mal. Für ne Stunde. Dann hast du es gelassen. Weiß gar nicht mehr. Keine Ahnung mehr. Aber ja, für ne Stunde habe ich Flöten gespielt. Wow. Hast du mal ein Instrument gespielt oder wolltest du mal eins mehr? Schlagzeug. Elf Jahre lang. Schlagzeug? Juhu. Elf Jahre. Mittlerweile weniger als mein halbes Leben. Aber ja, lange Zeit war es mehr als ein halbes Leben. Bei mir. Wieder keine Steine mehr. Was denn hier los? Ähm. Nichts mehr. Ähm. Nichts mehr. Äh. Noch mehr. Überall hier. Heiliger Scheiße. Nochmal. Das willst du nie sehen. Was erfreulich ist, wir haben jetzt drei Kisten voller Holz. Juhu. Was erfreulich ist, mittlerweile wahrscheinlich keine Steine mehr. Oh Mann. Wo gehen die Steine noch hin? Ja, ähm. Ähm. Ah, fragt man sich selbst. Ne, ich war ja nur einmal da, ne. Also. Ich hab nur einen Karren mit Steinen vollgepumpt, mehr nicht. Boah, Hirschfell haben wir jetzt auch schon ordentlich. 47. Aber baut man irgendwas mit Hirschfell zum Beispiel. Äh. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Teppich. Für Gemütlichkeit. Teppich ist alles schon wieder weg. Ich sehe es kommen. Und vielleicht kommt in den nächsten Updates noch mehr dazu. Noch mehr mit Steinen, ne. Dann können wir noch mehr bauen. Sie bringen ein paar neue Ressourcen rein. Ähm. Weil es ja ein neues Biom gibt. Neue Gegner. Ach, neues Biom? Ausrauben den ganzen Scheiß. Er hat nichts zu sagen, das neue Biom. Oh je. Ist glaube ich ein Arscheland. Ein Arscheland? Da kriegst du bestimmt Kohle her. Hahaha. Da musst du schauen, wo du bleibst, ne. Heißt das Arschland oder was? Mistland. Ach so. Du hast kein Holz. Unser riesen Signalfeuer hat kein Holz mehr. Ich hab schon. Mann, es hat nicht mal für das gereicht. Heilige Scheiße. Oh je. Letztes Deck. Stein. Wie weit bist du gekommen? Schau's mal selber an. Sag's mal so. Weniger ist mehr. Warum baust du die doppelt? Wie? Ach ne. Das sah nur so aus. Ich dachte schon. Du baust die doppelt hin. Und wunderst dich dann, warum du so wenig Holz hast. Ja, Steine. Ja, doppelt halt immer besser, oder? Warum ist hier ein fucking Löwenzahn? Was zieht man sonst durch? Das zieht durch. Ähm. Wumms. So, hier noch. Ey, ich hab keinen Stein mehr. Nice. Ich kann sie mal verbinden. Ich hab wirklich keinen Stein mehr. Und für das hat's jetzt gereicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Doch ist 10x10. Das sieht nicht ganz kontratisch. Ne, da hinten. Guck mal. Hier auch noch. Nice. Da muss jetzt nur noch die Erde auf eine Ebene. Also, hier kommen ja dann alle Portale hin. Und der... Ähm. Der will, glaub ich, wohl mithelfen. Ähm. Oh, Mann. Du hast den so brutal gekillt. Das geht gar nicht. Ja, ich hab hier extrem viel erhöhen müssen. Also, die Steine gehen auch für das Terraformen drauf. Ähm. Ja, deshalb hab ich gedacht, dass wir hier einen Versatz machen. Das... Das wird alles auf einen. Ich dachte nämlich, dass wir das hier... Guck mal. Hier. Auf die gleiche Ebene bringen wie das. Ach so, nee. Nee, ich denk das... Ich denk das... Ich denk... Wir machen jetzt das, was wir hier schon haben. Mit den, ähm... Wänden und so. Eins zu eins weiter. Das heißt, hier wird dann das ganze Ding einer weiter runter kommen. Wär irgendwie... Dachte ich mir so. Okay. Ach so. Weil nachher müssen wir schauen, dass wir vielleicht auch da... Das hier wird... Das wird einfach einen Versatz geben hier. So nach oben halt. Ja, ich glaube... Ab... 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 Ab hier können wir es dann vielleicht eine Stufe da... Eine Stufe weiter oben ziehen, ne? Mhm. Ich weiß ja... Weil der Hü... Der Hügel geht ja weiter rein, nach oben. Mhm. Jo. Und das Lagerhaus ist einfach eine... 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 Eine Reihe... Oder... Ja, guck mal. Wir haben das Lagerhaus ja auch alles auf einer Ebene. Mhm. Und ich sag's mal so. Das kommt man auch aushebeln. Also... Ähm... Ähm... Ja. Spannend. Schauen wir mal weiter. Ähm... Auf jeden Fall, was ich machen will... Wenn wir mal Steine haben... Dann hier das Wirtshaus... Also wirklich hier kommt in das Wirtshaus hin. Äh... Warte, wo bist du? Hier. Ja. Ähm... Ähm... Damit wir dann den ganzen Bunker, den wir da hinten haben... Äh... Nach hier versetzen können. Und dann die Handwerkstatt nach hier oben. Also die kommt dann hier hin. Die wird dann versetzt nach oben, sie gesetzt. Ja, ich glaub jetzt machen wir, oder? Ja, ich würd sagen. Aber gut. Aber gut, die ähm... Hier geht's zwar wieder nach unten, aber... Ich dachte hier einfach zum Landwirtschaftsteil hier mal... Wird's dann wieder so mit Erde den Weg geben, das halt... Oder mit Stein dann gepflastert und nicht mehr Stein und Klotze. Mhm. Aber ich glaub komm, ich bau das Land lieber noch ein bisschen ab. Ich krag das ganze ab. Und schauen wir dann später nochmal. Vielleicht. Ja. Wir müssen schauen. Weil das wird... Wird sich zeigen. Ja. Passt irgendwo schon durch. Oh ja. Ansonsten, wir sehen uns wieder, wenn wir wieder Steine haben. Jo. Wann das auch immer sein wird. Man weiß es nicht. Bis dahin. Tschüssi. Jo. Sau. Schau. Vielen Dank.